Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben unsere Rüstung blau gefärbt in meiner Lieblingsfarbe für Zelda-Rüstungen. Wir müssen jetzt eine Quest angehen. Ich habe übrigens jetzt auf meiner interaktiven Map alle Quests noch markiert, die wir machen müssen. Einige Quests können wir leider erst machen nach der Story. Das heißt, ich kann das nicht so machen, dass wir alle Quests erfüllen und wir dann die Story machen. Das heißt, wir müssen die Story so nebenher machen. Das werden wir auch angehen. Jetzt werden wir noch die Quests machen, die wir machen können, wo wir keine Story machen müssen. Wenn wir die alle erfüllt haben, dann können wir endlich mit der Story loslegen. Seid gespannt. Als erstes müssen wir mal hier hin und reden wir mal mit ihr hier. Ich habe es schon so oft gesagt, drei Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Das haben wir all die Mühe auf uns genommen, um herzukommen und dann dürfen wir nicht rein? Ich wollte doch die neuen Kreationen der berühmten Modestöpferin Zagono sehen. Ich hatte mich so darauf gefreut. Schließlich heißt es ja, es sei ihr bisher bestes Werk. Tut mir wirklich leid, aber es gibt nur noch ein einziges Ticket. Nur noch ein Ticket. Das heißt, einer von uns, zum Beispiel, ich könnte schon mal rein und die Lage peilen. Hey, das will ich überhört haben. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden gemeinsam segeln oder untergehen. Ich, ich weiß, das war nur ein Scherz. Nun gut, dann kommen wir ein andermal wieder. Einverstanden. In diesem Dorf gibt es ja auch eine Färberei. Mit einem Besuch dort können wir etwas Zeit totschlagen. Ich würde auch gerne zum Bauernhof gehen. Jetzt, wo du es sagst? Ich habe gehört, in der Nähe des Bauernhofs ist ein Institut, in dem alte Dinge erforscht werden. Wir haben uns schon so herausgeputzt. Dann sollten wir uns auch alles ansehen. Zum Glück haben sie aufgegeben. Oh je, tut mir leid, dass sie warten mussten. Wie, sind sie auch hier, um die neuen Kollektionen meiner großen Schwäß von Sargonu zu sehen? Da sie allein sind, können sie einfach reingehen. Sargonu höchstpersönlich ist auch gerade da. Derzeit ist es nur eine Ausstellung. Man kann also nichts kaufen. Ich hoffe, sie verstehen das. Okay, gucken wir uns mal um. Ich sehe hier auf jeden Fall nichts. Und was ist hier? Kein Zutritt für unbefugt. Oh, schade. Oh, da sind Rüstungsteile drin. Schnieke. So, reden wir mit Sargonu. Ach, ich kann mich einfach nicht daran sattsehen. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich Sargonu mittlerweile weltberühmt bin. Oh, entschuldige. Bist du etwa ein Bewunderer von mir? Obwohl deinen trüben Blick nach zu urteilen hast du mit Mode wird wortwörtlich nichts am Hut. Die Boutique C4 ist die einzige weltweit, in der die Marke Sargonu verkauft wird und... Ich bin die bescheidene Designerin, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. Was du hier vor dir siehst... Ist nicht weniger als der Sargonu Deluxe. Meine neuste und einzigartigste Kreation. Die elegante Form und diese exzentrische Farben. Er ist einfach perfekt, nicht wahr? Dieses Werk ist so einzigartig. Es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Es steht nichts im Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu schenken, der sich als würdig erweist. Der würdigsten Person in Hyrule's Modisch der Stadt. Was soll das mit Hyrule's Modisch der Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Oh, sieh mal eine an. Wie kann ich dienen, werter Herr Bürgermeister? Es tut mir leid. Ich wollte ihn am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängt. Sargonu, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch fürs Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist es jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfes. Was sollen wir tun, wenn es verkümmert? Oh ihr Liebes, nun reg dich doch nicht gleich so auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sargonu-Stil. Lasst uns in aller Ruhe darüber sprechen, ja? Nein, ich habe lange genug stillgehalten. Und jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze. Überall! Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, das Dorf zu beschützen. Das Dorf beschützen? Vor wem? Vor Besuchern aus aller Welt? Vor zahlungskräftigen Touristen? Vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Hateno steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Darüber sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Meine Avantgarde-Schöpfungen oder die provinziellen Werte des Bürgermeisters. Sie sollen selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In einer Bürgermeisterwahl! Eine Bürgermeisterwahl? Na meine Dragan, die gewinne ich sowieso. Sephora, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Klavia, sieht so aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. Oh, du schon wieder. Es ist noch so viel zu erledigen für die Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für... Weiß ich noch nicht. Ach so, ja, wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann herzlich willkommen in Team Sagono. Dann wäre das ja geklärt, sehr schön. Wie jeder weiß, habe ich die besten Aussichten auf den Bürgermeisterposten. Zumindest sollte das allen klar sein. Aber es gibt immer noch Dorfbewohner, die Riedner unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's! Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Riednerwähler. Pilze sind quasi das Sagono-Markenzeichen. Sagono ist eine Odee an Pilzmode. Meine Pilzgeschenke bringen frische in verstaubte Hirnkästen und sehen kultivierten Sagono-Sinn. Aber Sephora und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte diese Aufgabe übernehmen? Ich muss los. Oh, du willst also gleich losstürmen für meine Sache? Dann brauchst du die hier. Diese Pilze sind für Riednerwähler hier im Dorf. Sie sind leicht zu erkennen an ihrer unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extremst modebewusst und von Kopf bis Fuß in Sagono abgehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner aus Riedners Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinder, Reisende oder solche, die nur für kurze Zeit hier wohnen, wie die Shika-Forscher, kannst du ignorieren. Falls ich mich nicht verzählt habe, macht das also insgesamt acht Riednerwähler. Ja, deine Mission ist simpel. Gib jedem dieser acht je einen Hyrule-Pilz. Na dann, hopp, hopp. Na gut. Gehen wir erstmal zu Riedner. Weil ich wäre eigentlich eher für ihn, weil ich stehe nicht so auf Pilz-Mode, Alter. Hier ist Riedner, glaube ich, ne? Oh, dich kenne ich doch. Bist du nicht der Reisende, der unseren kleinen Streit in der Boutique C4 miterlebt hat? Machst du dir etwas Sorgen um mich? Ach, das stimmt ja. Ich habe mich zu sehr aufgeregt. Im Nachhinein ist mir das ganz schön unangenehm. Ich hätte sowas auch gar nicht nötig. Ich hege nämlich zwei streng geheime Pläne, um Sagono auszustechen. Nun ja, einer davon lässt sich bis zu den Bürgermeisterwahlen sicher nicht mehr umsetzen. Aber der andere Plan könnte aufgehen. Ich überlege nämlich, ein nostalgisches Geschmackserlebnis wiederzubeleben. Geschmackserlebnis? Früher, da hat mein Großvater mit jemandem aus dem Dorf an einem neuartigen Nahrungsmittel gearbeitet. Damals war die Welt einfach noch nicht so weit, sodass er seine Arbeiten mit dem Prototyp beendete. Ich war damals noch ein kleiner Bub, aber die cremige Konsistenz ist mir immer positiv in Bedächtnis geblieben. Ich hatte immer schon die Idee, daraus irgendwann einmal eine Dorfspezialität zu machen. Sollte mir das ausgerechnet jetzt noch gelingen, hätte ich von Sagono nichts mehr zu befürchten. Nur leider weiß ich beim besten Willen nicht mehr, woran genau mein Großvater gearbeitet hat und mit wem. Wenn ich so darüber nachdenke, erinnere ich mich auch an einen einzigartigen, beißenden Geruch. Könnte ich doch dieses Aroma noch einmal riechen. Nun ja, aber lassen wir das. Genieße deinen Aufenthalt hier. Wie wäre es mit einem frischen Glas Milch vom Bauernhof? Auf dem Hügel zum Frühstück gibt es nichts Besseres. Gut, die neue Dorfleckerei müssen wir auf jeden Fall machen. Oh, dich habe ich doch schon gesehen. In der Boutique Zephyr, nicht wahr? Du weißt noch, als es um die Bürgermeisterwahl ging. Die Sache wird langsam etwas heikel, sie sind beide so stur. Naja, andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug davon. Mich beschäftigt etwas ganz anderes. Und ich muss das unbedingt vor der Bürgermeisterwahl klären. Was beschäftigt dich? Oh, das interessiert dich? Dann sage ich es runter raus. Es geht um meinen Mann, Riedner. Mein Gatte, dieser Kerl, erschließt sich jede Nacht in unsere Hütte ein. Aus völlig unerfindlichem Grund. Wenn ich ihn danach frage, will er partout nichts verraten. Er sagt, das wäre geheim. Ich würde ihm niemals nachspionieren, abgesehen davon, dass er mich sofort entdecken würde. Ich mache mir nur solche Sorgen, dass diese nächtlichen Ausflüge seine Chancen bei der Wahl beeinträchtigen könnten. Ich wäre bestimmt geplatzt, wenn ich das für mich hätte behalten müssen. Ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Geh bitte mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist. Und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Ich bezahle dich natürlich auch dafür. Das Problem ist nur, dass die Tür fest verschlossen ist. Darauf achtet er sehr. Durch das Fenster passt niemand. Aber vielleicht kannst du ein Loch oder etwas ähnliches hineingraben. In die Höhle muss ich und den Eingang können wir durch einen Brunnen erreichen. Dafür müssen wir nur das hier einmal markieren, damit wir wissen, dass wir da hin müssen. Dann auf auf. Jetzt gibt es ja einige Nebenquests zu tun und währenddessen gibt es halt Rüstungen zu holen. So, dann mal los. Oder wir kriegen noch eine Rüstung. Ihr wisst ja auch schon welchen. So, einmal runter. Und wir müssen hier hoch. Entwicklungskonzept für eine neue Kürbisart. Lesen. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Hateno ausmachen. Allerdings kommt man nicht umhin zu bemerken, dass die jüngere Generation keinen rechten Bezug mehr zur Ernte hat. Bevor ich dieses Problem nicht löse, kann ich mich nicht guten Gewissens als Bürgermeister bezeichnen. Daher habe ich zusammen mit dem äußerst begnadeten Bauern Narkin eine neue Art Kürbis entwickelt. Er entspricht in Farbe, Form und Gestalt ganz dem neuen Sagono-Stil, der bei der heutigen Jugend sehr populär ist. Dies erwies sich allerdings als schwieriges Unterfangen und so konnten wir ihn der Allgemeinheit noch nicht vorstellen. Danke, Brudi. Wie läuft's denn so? Schon irgendwelche Neuigkeiten wegen dieser Sache, über die wir neulich sprachen? Er möchte eine neue Kürbissorte entwickeln? Darum war er in letzter Zeit so oft bei Narkin. Er hätte doch mit Sagono zusammenarbeiten können. Wäre wohl zu einfach gewesen für den verboten Sturkopf. Ich bin so erleichtert, jetzt da ich die Wahrheit kenne. Das erklärt so einiges. Dieser Vorfall in der Boutique Sephir. Jetzt ergibt das natürlich vollkommen Sinn. Oh, entschuldige. Das ist etwas zwischen meinem Mann und mir. Vielen Dank, dass du das für mich herausgefunden hast. Ich habe dir deine Bezahlung versprochen und ich halte mein Versprechen. Nice. Die beiden haben so viel gemeinsam, wenn sie nur besser miteinander klarkämen. Riedners Geheimnis haben wir gerade gelöst. Äh... Gut, jetzt... Das machen wir später. Jetzt müssen wir erstmal für Riedner... Äh... Die neue Dorfleckerei machen. Was steht da? Cremige Konsisten... Ich kann mir vorstellen, was das ist. Ja, ja... Woran mein Großvater... Mit wem? Ich weiß was. Wir müssen zum Bauernhof. Ziemlich sicher. Der ist weiter oben. Da ist nämlich noch eine Quest, die wir auf jeden Fall lösen müssen, bevor wir das machen können. So, das ist nicht der Bauernhof. Der ist hier weiter oben. Da oben ist er. Da müssen wir hin. Uh! So, wie gesagt, wir werden hier ein paar Parts verbringen. Wir werden hier so gut wie alles machen, was wir machen können. Und da müssen wir uns nur noch die Quests raussuchen, die wir... Oder ich muss die raussuchen, die wir dann machen. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen auf dem Hateno-Bauernhof. Wie schön warm die Sonne heute wieder scheint. Meine Kühe sind immer glücklich, wenn sie einen Sonnenbad nehmen können. Was ist? Hast du was für mich? Hier, ein Hyrule-Pils. Ist der von Zagono? Wie nett. Frittiert sind sie prima für zwischendurch. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich weiß, dein kleines Geschenk zu schätzen. Aber meine Tochter Kojen und ich... Tok, wir machen uns nichts aus Mode. Auf dem Feld nützt einem das wenig. Schön, wenn das alles ist, wozu du hergekommen bist. Wenn du hier wärst, weil du frische Milch haben möchtest, hätte ich echt ein Problem, kann ich dir sagen. Wieso Milch? Sag nicht, du hast noch nie von der leckeren Milch gehört, die es hier bei uns auf dem Hof gibt. Meine Kühe bekommen ganz besonderes Futter zu fressen, das ich selbst mische. Das macht ihre Milch so köstlich. Leider finde ich in letzter Zeit kaum noch Eicheln, die ein wichtiger Bestandteil meines Kuhfutters sind. Früher konnte man haufenweise Eicheln im Wald hinter dem Hof finden, doch mittlerweile sieht es dort eher mau aus. Vermutlich wegen der Eichhörnchen, die sich dort wie wild vermehrt haben. Wenn man die irgendwie erschrecken könnte, würden sie die Eicheln sicher fallen lassen, aber sie sind viel zu flink. Solange ich nicht mindestens drei Eicheln habe, kann ich leider kein Kuhfutter mehr herstellen. Meine Kojen ist mir bei der Eichelsuche keine Großhilfe. Ständig startet sie auf den Teich. Hier die Eicheln. Ist das dein Ernst? Na, wenn das so ist. Einem Geschenkengauel schaut man nicht ins Maul. Hier, nimm dies hier von mir als kleine Aufwandsentschädigung. Wohl bekomm's. Uh, nice Milch. Diese eine Portion hatte ich eigentlich für einen besonderen Anlass aufgehoben. Schätze mal, das hier ist so einer. Also gut, dann werde ich mit den Eicheln, die du mir gebracht hast, meine Kühen schnell mal neues Futter anmischen. Schau ruhig wieder vorbei, falls du in Zukunft Lust auf Milch hast. Für drei Eicheln gebe ich dir gerne eine weitere Portion. Ein tolles Angebot. Nur für dich. Milch. Ähm. Gut, Milch hatten wir schon. Das müsste dann die Quest hier gewesen sein, ne? Genau, haben wir abgeschlossen. Äh, Dodans, der Milchspezialist. Nebenaufgabe. Was mach ich nur? Spring ich einfach in den Teich? Nein, der ist doch viel zu tief und ich kann doch gar nicht schwe- Äh, huch. Wieso siehst du mich so an? Bist du ein Kunde? Was hast du denn da? Hier, ein Hyrule-Pilz. Ah. Hm, von Sagono, was? Ich sag ja nicht, dass Pilze nicht hübsch anzusehen sind. Nur muss ich sie deswegen nicht gleich anziehen. Ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Das Paar vom Gasthaus war sich dieser Sache auch nicht einig. Es ist bestimmt nicht immer leicht, wenn der Ehepartner einen anderen Geschmack als man selbst hat. Aber du scheinst es mit den Geschenken nur gut zu meinen. Deshalb nehme ich es gern an und bedanke mich dafür. Falls du wegen dem Bauernhof hier bist, könntest du bitte meinem Vater auf dem Feld reden? Ich muss irgendwie an die Flaschenpost zum Teich kommen. Da ist nämlich ein Brief von meinem Urgroßvater drin. Allerdings, ich komme nicht dran, weil meine Arme zu kurz sind und ich auch gar nicht schwimmen kann. Ganz zu schweigen mit der Flasche in der Hand. Der Brief sollte mir einen Hinweis darauf geben, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Nicht zu fassen, dass er nur im Teich liegt. Ein Brief für Ku-Yin. Okay, so einfach wird das nichts. Ich müsste mir eine Brücke basteln, definitiv. Um an die Flasche ranzukommen. Nee, Moment mal. Geht das noch mit der Sense? Ja. Alles klar. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch einen Baum. Das sollte eigentlich schon reichen. Oder auch nicht. Der dritte Baum muss aber reichen. Yes. Nice. So, sehr gut. Dann bringen wir das mal zu ihr. Weil wir müssen die Quest machen, sonst können wir das mit dem Rezept nicht machen. Da hast du die Flasche. Hier. Ich habe dir doch schon mal gesagt, dass ich gerade keine Zeit... Äh, huch. Was? Das ist doch die Flaschenpost meines Urgroßvaters. Aber wie hast du... Hast du die für mich aus dem Teich gefischt? Vielen Dank. Nun finde ich endlich heraus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Mal sehen. Oh ja, das ist definitiv seine Handschrift. Da werde ich ganz nostalgisch. Puh, aber diese Krakelschrift kann man auch nur entziffern, wenn man, wie ich, Erfahrungen mit Uropas Briefen hat. Ach ja, das muss wohl ein H sein. Dann ist das sicher ein K und dann heißt das vielleicht... Neue Spezialität mit Bürgermeister. Fermentierung. Käse. Namens. Nicht vor der Reife. Oh ja, das könnte sogar funktionieren. Entschuldige, ich muss die Idee meines Urgroßvaters sofort in die Tat umsetzen. Ich bin im Haus, falls mich jemand sucht. Das Haus ist da drüben. Besuch mich doch später mal, damit ich dir etwas zum Dank geben kann. Eventuell kann ich eine neue Spezialität für den Bauernhof... Ach was. Für die ganze Stadt machen. Das wird prima. Sehr gut. Wir kommen gut voran. Dann müssen wir aber jetzt mal ins Haus gehen. Oh, Hallöchen. Schön, dass du gekommen bist. Hier, sieh dir das mal an. Das ist echter Hateno-Käse nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Er ist unglaublich lecker. Er ist fest, aber schmilzt förmlich im Mund. Also, warum ich dich hergebeten habe, ohne dich wäre das Rezept jetzt noch immer im Teich und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als erstes den Käse probieren lasse. Also, ähm, vielen Dank nochmal. Hier, nimm ruhig. Hateno-Käse. Ein Käse aus der Milch von Hateno-Kühen. Wenn man ihn warmen Gerichten hinzufügt, schmilzt er und entfaltet erst dann seinen vollen Geschmack. Offenbar hat mein Urgroßvater das Rezept für Hateno-Käse zusammen mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Es war für unser Dorf gedacht, aber die Leute wussten nichts damit anzufangen. Sie waren wohl noch nicht so weit. Aber nachdem ich den Käse jetzt probiert habe, bin ich mir sicher, dass die Zeit reif ist. Er wird die Welt im Sturm erobern. In letzter Zeit haben die Leute ihr Geld eher für Mode ausgegeben. Wir hatten spürbar weniger Kunstschaft. Aber mit dem Käse könnte sich das Blatt nun wenden. Vielleicht merken die Leute, dass auch gutes Essen sein Geld wert ist. So, und jetzt werde ich das hier erstmal etwas umbauen. Jetzt können wir Käse kaufen, Leute. Käse ist nice. So, das hier hin. Nein, da drüben passt es besser. Ja, so müsste es doch gehen. Na, was hältst du von der brandneuen Hateno-Käserei? Jetzt muss ich nur noch schnell dafür sorgen, dass der Käse auch im Cremerladen verkauft wird. Wenn du den Käse hier kaufst, mache ich dir auch das besondere Angebot, dass du mit Milch statt mit Geld zahlen kannst. Ich werde den Traum meines Urgroßvaters würdigen und diesen Bauernhof nah und fern bekannt machen. Und komme mich gerne jederzeit wieder besuchen. Ich kaufe sofort einen Käse, der da ist. Dank dir ist der Geschmack des Hateno-Käses nicht in Vergessenheit geraten. Mein aufrichtigsten Dank. Es mag überraschend sein, aber wie wäre es mit etwas Hateno-Käse? Such dir aus, welchen Käse du möchtest. Wenn du keine Rubine hast, tausche ich stattdessen auch gegen Milch. Das ist ein besonderer Service für die Kunden, die direkt zum Bauernhof kommen. Ich will kaufen. Alles. Du willst alles kaufen? Ja, gib her. Danke, dass du alles gekauft hast. So oft habe ich einen Kunden noch nie gedankt. Ich werde so gleich mehr Käse machen. Also quasi für dich dann. Nice, jetzt haben wir einen Haufen Hateno-Käse. Alter, chillig. Geil. Ich liebe Käse. So. Jetzt müssen wir zum Bürgermeister zurück. Ich glaube, das hatte ich hier markiert wegen Quest, ne? Und das auch. Können wir beides wegmachen? Das war das Ding hier, ne? Ja. Müssten wir fertig haben. Ein Brief an Dingens. Ja, haben wir fertig. Sehr schön. Dann runter zum Bürgermeister, weil das ist das, was er gesucht hat. Den Käse. Wie gesagt, die Bürgermeisterwahl ist tatsächlich eine etwas längere Quest. So, dann mal rein hier. Oh, Moment mal. Dieser einzigartige beißende Geruch. Ist das etwa Hateno-Käse gefällig? Das, das ist sie. Die Spezialität, die mein Großvater damals mit jemandem hier aus dem Dorf entwickelt hat. Hateno-Käse? Hateno-Käse? Genau so hieß das. Auf einmal fällt mir alles wieder ein. Verstehe, mein Großvater hat also mit jemandem vom Bauernhof daran getüftelt. Kaum zu fassen, dass es das Rezept bis heute gibt und dass Kojin den Käse ganz neu herstellen konnte. Das muss ein Zeichen sein. Wir sollten Hateno-Käse zu unserer neuen Spezialität machen. So ist meine Position als Bürgermeister weiterhin sicher. Den Käse kaufe ich dir selbstverständlich sofort ab. Stimmt so. Nun muss ich mich mit Kojin sofort um die Massenfertigung bemühen. Der Laden in Atheno und die Händler auf den Straßen werden ihn sicher sofort in ihr Sortiment aufnehmen. Da soll noch jemand einen Grund finden, mich als Bürgermeister abzuwählen. Ich hoffe, ich sehe dich bei der Wahl. Eine neue Dorfleckerei haben wir damit. Jetzt müssen wir noch den anderen Lappen Pilze geben. Gut, er ist auf jeden Fall Sagono-Anhänger. Ihm können wir keine Pilze geben. Hier ist niemand drin. Er ist auch Sagono-Anhänger. Oh, shit, Alter. Die tragen... Ah, hier. Im ganzen Dorf stellen sie diese seltsamen Dinge auf. Oh, ach, entschuldige. Bist du etwa ein Tourist? Das hier ist Tateno, ein Dorf der Felder und Weiden. Früher lebten wir friedlich im Einklang mit der Natur, aber in letzter Zeit herrscht im Dorf ständig reges Treiben. Es fing alles an, als die liebe Sagono wieder zurückgekehrt ist. Meine Tochter Primella und andere haben alle auf einmal diese auffälligen Hüte von Sagonos Modemarke getragen. Aber für Leute wie mich und meinen Schwiegersohn Vatago ist dieser Modekram nichts. Oh, bitte entschuldige, mein Gefahrsinn, nachdem du extra einen so weiten Weg auf dich genommen hast. Bitte genieß deine Zeit im Dorf. Ja, kann ich irgendwie helfen, junger Reisender? Hier ein Hyrule-Pilz. Ach, der ist von Sagono, sagst du. Vielen Dank, sage ich. Wir vom älteren Schlag sind oft nicht so ganz auf dem neuesten Stand, was Mode betrifft. Solange der neue Bürgermeister sich gut um das Dorf kümmert, ist mir jede und jeder recht. Der hat eine Quest, das heißt, der ist auch nicht derjenige, den wir ansprechen sollten. Wie sieht's mit ihm aus? Wer, wer ist da? Bist du ein Eindringling? Äh, bin ein Eindringling. Huch, du bist ein Eindringling? Je, ju, juhu! Du bist der erste Eindringling, der hergekommen ist. Du hast doch direkt ein bisschen verdächtig gewirkt. Oh, aber mit Eindringlingen darf ich nicht reden, tut mir leid. Bin kein Eindringling. Huch, du bist kein Eindringling? Dann begrüße ich dich mit dem Torwächtergruß. Ähm, wir gehen da nochmal. Das hier ist Hateno, das Dorf der Felder und Gefährtenstoffe. In Hateno gibt es köstliches Gemüse und sogar die allerneueste Mode. Ich hab doch schon alles richtig gesagt, oder? Bin ich ein guter Ersatz für meinen Papa, während er am Spähposten ist? Ja, eher nicht so, Woody. Wir müssen immer noch Pilze, äh, suchen. Hier irgendjemand drinne, hallo! Eher nicht so, ne? Gehen wir wieder. Aha! Ich kenne diese Person nicht. Was machst du hier? Oh, jetzt wo ich ihn besser sehen kann. Er ist wirklich attraktiv. Äh, ähm, wenn du möchtest. Hier, bitte. Huh, nice. Ah, ich war so angetan von dir, dass ich dir mein kostbares Ei gegeben habe. Vergiss bitte, was heute geschehen ist. Ich kann nicht. Deine Gefühle sind wie ein Hühnerei. So zerbrechlich. Daher bitte ich dich, inständig zu vergessen, was heute geschehen ist. Ich kann nicht. Deine Gefühle sind wie ein Hühnerei. Ein Biss und man ist im siebten Himmel, aber es ist doch ganz schnell weg. Daher bitte ich dich, inständig zu... Ich kann nicht. Hm, das bringt nichts. Ich hatte mich gefragt, ob man Eier von der romantischen Seite betrachten könnte. Aber im Grunde sind Eier doch einfach am besten, wenn man sie kocht und genießt. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Die Läden und der Unterstand sind rund um die Uhr geöffnet. Also geh und genieß deine Zeit. Brauchst du noch etwas? Hier ein Hyrule Pils. Du bringst mir den von Zagono? Oh, äh, vielen Dank. Pilze kann man auf viele Weisen zubereiten. Sie schmecken sogar roh. Also ja, ich mag Pilze, aber ich rede hier von Essen. Pilzkleidung geht gar nicht. Bis vor kurzem wäre sowas in diesem Dorf völlig undenkbar gewesen. Die Bauernfamilien hier können damit auch nichts anfangen. Kann man es ihnen verübeln? Danke fürs Ei. Und sonst ist hier nichts. Ah, wir sind nicht aus Zucker. Wischmob, diese Waffe hat ihren großen Auftritt, wenn es darum geht, die gute Stube zu reinigen. Kann zur Not aber auch angreifen, um die Ohren geschlagen werden. Ja, toll. Super. So, damit haben wir einen Eintrag im Handbuch für den Wischmob. Hm, ist noch was? Hier, ein Hyrule-Pilz. Was ist das? Ein Geschenk von Zagono? Ja, das sieht mir wirklich danach aus. Zagono, hier, Zagono, da. Da wird schon ein rechter Rumel drum gemacht, aber für mich ist das nichts. Ich weiß, die Dame arbeitet bestimmt sehr hart, aber für uns Bauern hier in dieser Gegend ist Mode unnötiger Quatsch. Und trotzdem, danke für den Pilz. Das ist echt nett von dir. Bitte, Bruder. Drei Dorfbewohnern muss ich noch einen Pilz geben. Die Frage ist halt, welchen drei Dorfbewohnern? Hier auf jeden Fall der Oma. Das ist mir klar. Und ich denke, ich weiß auch die anderen zwei. Oh, du siehst mir wie ein Reisender aus. Oh ja, ich beneide deine leichtfüßigen Gang. Mir jedoch tut der Rücken weh und ich bin erschöpft. Das kommt von meiner Arbeit, das Feld an der Schule zu pflegen. Aber wie kann es sein, dass der Weg nach Hause länger wirkt als der Weg zum Feld? Nun, es ist ehrliche, harte Arbeit. Ich gebe alles, weil ich eins mit Sicherheit weiß. Irgendwann in ferner Zukunft werde ich sehen, wie sich jemand an den Früchten meiner Arbeit erfreut. Oh, hallo. Kann ich helfen? Hier ein Hyrule-Pilz. Ein Geschenk von Zagono? Dankeschön. Die Welt der Mode dreht sich einfach zu schnell für uns alte Leute. Aber ich unterstütze jeden Bürgermeister, der dafür sorgt, dass die Jugend gerne in diesem Dorf lebt und bleibt. Puh. Zwei Personen noch. Wie gesagt, die Shika-Forscher und sowas können wir vergessen. Das heißt, in die Schule brauchen wir noch nicht gehen. Da ist später eine Quest, die wir machen werden. Jetzt müssen wir nur noch... Äh... Die anderen Leute finden. Das hier sind alles Zagono-Anhänger. Oh, du kommst... Oh, ja, ja, bla, bla. Das hatten wir alles schon. Willst du auch zum Haus von Fräulein Zelda? Sie ist aber noch nicht wieder zurück. Seit dem Kataklysmus ist sie einfach nicht mehr gekommen. Obwohl sie noch bis später sagte, als sie das Dorf verließ. Ja, wenn du wüsstest. Sie kann leider erstmal nicht zurück. So viel kann ich dir sagen. Fräulein Zelda ist... Fräulein Zelda ist verschwunden. Ihr geht's nicht gut. Uns fehlen, wie gesagt, immer noch zwei Leute, die wir so finden müssen. Holzkelle wird zum Umrühren und Ausschenken von Suppe verwendet. Kann aber dank des harten Holzes auch außerhalb der heimischen Küche zum herzhaften Austeilen eingesetzt werden. Wieder zwei Einträge im Handbuch dazu geholt. Sagono... Die O... Hä? Moment mal. Hatten wir die Oma nicht eben? Willkommen, Kamerad. Oh, Entschuldigung. Ich arbeite zwar im Gasthaus, aber wenn du etwas brauchst, dann frag doch bitte am Empfang. Meine Frau Primella ist bestimmt gerade dort. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sagt sie mir sehr bestimmt, dass ich endlich auch Kleider von Sagono tragen soll. Deshalb gehe ich ihr zur Zeit aus dem Weg, in der Hoffnung, dass ihre Obsession irgendwann mal nachlässt. Ich hätte nie gedacht, dass Primella jemand ist, der so einen Aufriss wegen Mode macht. Brauchst du etwas, oder geht es um etwas, das nichts mit dem Gasthaus zu tun hat? Hier ein Hyrule-Pilz. Oha, für mich, danke sehr. Das wird meine Frau aber glücklich sein. Sie liebt Sagono-Sachen. Ich fürchte, mir steht diese Mode nicht so richtig. Meine Frau dafür umso mehr. An ihr sieht alles so hübsch aus. Insofern kann ich auch nichts Schlechtes über Sagono sagen. Die Kurien vom Bauernhof oben auf dem Hügel hat übrigens eine ganz ähnliche Einstellung zu Sagono wie ich. Oh, ähm, Entschuldigung. Ich esse jeden Tag Atheno-Gemüse. Es ist unglaublich nahrhaft. Äh, der Schlüssel zu einem langen Leben. Ich habe hier gerade meine Mahlzeit bekommen. Möchtest du etwas abhaben? Ansonsten kannst du im Cremaladen am Dorfeingang passend zusätzlich auch Tomaten und dergleichen kaufen. Gut, der will nichts. Es fehlt nur noch einer. So, ich wette, dafür müssen wir weiter hoch. So, gehen wir mal in das Haus. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Nee, hier ist gerade niemand drinne. Dann gehen wir hier rein und hoffen, dass hier noch jemand drinne ist. Sagono. Und tschüss. Der trägt leider auch einen Sagono-Hut. Das heißt, mit dem können wir leider auch nichts anfangen. Und das hier oben ist das letzte Haus. Naja, und da oben ist niemand. Und am Bauernhof waren wir schon. Da haben wir schon jemanden den Pilz gegeben. Der Käse ist leider immer noch aus. Ach, in die Windmühlen können wir auch noch rein. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Bis auf Vogelnüsse. Super. Okay. Gut, Leute, ich mache den Part hier aber dicht. Ich werde jetzt Ostgreen suchen, welche uns noch fehlt. Und da werde ich dann beim nächsten Part wieder ansetzen. Puh, ja, ein Pilz fehlt uns noch, den werden wir finden. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content. Oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt, genießt noch euren Tag. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018